Mir ist total gefallen, also für mich selber fand ich schön, irgendwie so mal da mal mitgemischt zu haben und eigentlich so das, was mich am meisten berührt hat, ist ehrlich gesagt mein vierter Platz-Publikumspreis für Bild von ihr, aber der ist mir auch wichtig. Ich fand die Preisgewinner gut gewählt, es war so aus jeder Kategorie was dabei, was irgendwie schön war. Was hast du selber gewonnen? Kannst du deine Preise nennen? Achso, okay, ich habe zweimal Bronze für meine beiden Filme gemacht, Asta und Cosmo und Bild von ihr. Ihr seid die einzigsten Rostocker Vertreter gewesen, wie war das Festival für euch erstmal? Also es war sehr gut insgesamt, wir hatten harte Konkurrenz und trotzdem haben wir jetzt Bronze gewonnen. Wir freuen uns sehr und das war jetzt unser dritter Film. Bei mir war das der erste, ich bin neu dazu gestoßen. Wir haben jetzt die Bronze-Medaille gewonnen. Ja, Bronze-Medaille für den Jungen. Wie lief Fisch bisher für euch? Was ist euer Eindruck von Fisch? Fisch ist ein total cooles Festival, es ist super gute Stimmung hier und wir freuen uns natürlich total, dass wir ausgezeichnet worden sind hier und ja, sag du was. Ja, macht Spaß auch. Wirklich viele, viele coole, abwechslungsreiche Filme gesehen. Leider sind wir ein bisschen zu spät gekommen, wir konnten nur ein paar Blöcke sehen, aber auch das hat sich gelohnt. So. Ey, wo ist ein Julia? Das ist ein verdammte Julia. Julia. Julia fand sie scheiße, verstehst du? Halt den Maul! Was habt ihr gewonnen? Also wir haben einmal eine Goldmedaille gewonnen für unseren Film Mars. Dann sind wir weitergeleitet worden ans Up-and-Coming in Hannover. Und dann haben wir den Findling gekriegt, 2011. Das ist ganz cool, weil wir touren jetzt durch Mecklenburg-Vorpommern mit unserem Film so. Das ist richtig geil, weil endlich, also viele Leute sehen den dann. Endes Mal auf Meckpommern. Ja. Wie seid ihr auf euren Film gekommen? Könnt ihr eine kurze Zusammenfassung geben, wie ihr drauf gekommen seid und was euer Film überhaupt ist? Ja, das mache ich am besten. Ich hatte zuerst die Idee, einen Film dokumentarisch quasi über Migration zu machen oder Jugendliche mit Migration oder allgemein Migrationshintergrund. Und ja, wir haben halt überlegt, haben Brainstorming gemacht, wie kann man das machen, was soll man nehmen, wen soll man nehmen. Und da war dann halt eine Person, die gesagt hat, warum nehmen wir nicht einfach zwei Jugendliche, die eine Oma, die Tüten abnehmen. Und vorher halt so, dass so gezeigt wird, dass sie halt die Tüten, auf Kanakdeutsch gesagt, die Tüten abziehen und eigentlich, eigentlich die nur, weil sie halt nett und freundlich sind, einfach nur nach Hause tragen wollen. Lass mal Taschen abnehmen. Auf jeden Fall, ja. Hoch. Hilfe. Kommen Sie einfach mit. Was für Hilfe. Okay. Dein Eindruck von Fisch, dein Fazit? Das war ja dieses Jahr mal ganz umgekehrt, sonst war ich ja irgendwie auch immer mit dem Film da. Dieses Jahr habe ich moderiert. Von daher war es mal ein ganz anderer Eindruck und ein anderes Aufgeregtsein. Aber ich glaube, die Leute sind zufrieden. Das lief alles sehr, sehr gut. Ein tolles Team. Und alles, was ich von den Filmemachern gehört habe, war irgendwie positiv. Alle waren zufrieden und ich hoffe, alle kommen wieder. Und ich fahre mit einem guten Gefühl nach Hause. Super. Danke, das war's auch schon. Super. Chao. . . .